Es gibt's nicht. So, jetzt hier. Dixie Kong! Der Roffelkopter! Dixie Kong, der Roffelkopter! Roffelkong! Genau, warum gibt's hier keinen Roffelkong? Das... Ich frag mich, wie der aussehen würde. Ein Affe mit dem... äh, LOL-Face oder was? Ja. Müssen wir gleich mal ne... äh, Collage einfügen. Oder ne, ne, nicht Collage, sondern eine... eine... äh, wo das Gesicht halt so gemacht wurde. So aus Spaß, Verarsche, Dings, Gedöns. Ich weiß doch auch nicht. Ich mach jetzt hier... Boah, ich lass das G weg. Das G kann mich mal. Oh, top. Und ich bin gleich am Ziel und ich hab Bananen. Hey, hey, hey! Schön, schön, schön. So, gucken wir erst mal an, wie das... Also, hier kann ich speichern, wenn ich will. Wenn ich will, ich will. Safe game for free! Yeah, ich hoffe, es kostet nichts in Zukunft. Das wär scheiße. So, was haben wir hier? Ach, wenn wir hier sowas haben, naja, dann nehmen wir mal ein bisschen was braunes. Obwohl, ne, Dixie ist ja auch schon braun. Ja, ich weiß nicht, was ist da im Hintergrund? Ach doch, ich, ich, ich nehm mal ein bisschen so ein, so ein kackbraun, so ein richtig übles kackbraun, nehm ich. So, das wär schon mal... Naja, das wär nicht so braun, aber das wär... Das wär braun. Und dann nehm ich noch einmal den gleichen Ton in heller. So, müsste eigentlich passen. Sehen wir mal. Ja, es ist doch ein schönes, gebräuntes Feld. Buff. Oh, nö! Das sieht schon so kacke aus. Oh. So, ich, ich wusste jetzt nicht, dass ich bei dem X nicht, äh, drauf durfte, aber... Es war mir so irgendwie schon logisch, erschien es mir. Weil, dann geht's zu und dann ist schlecht. Wusch. Alter. Alter, ey, ich, ich mach hier sowas von... Alter, nee, ey, das, das ist eklig. Ich hasse solche Levels, in denen man irgendwelche anderen Sachen machen muss, als vorsichtig, vorsichtig. So, was haben wir jetzt als nächstes? Nein! Hä? Hä? Wie hätt ich denn da rankommen sollen? Oh, oh, scheiße. Nein! Ich bin tot! Oh, scheiße. Ja, okay, jetzt, das hier sieht nur wieder scheiße aus dann immer. Äh, da kann ich aber nix dafür so richtig, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hm. So. Und. Ich muss aufpassen. Äh, ja. Wie geht das denn? Oh, nein. Öps. Och, nööööööö. Oh, wie, 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 wie soll ich denn? Wie geht denn das? Wer hat das verbrochen? Dieses Spiel. Buff So Und hopp und Gleich kommt's wieder, gleich kommt's wieder Gleich ist soweit Nee Scheiße Oh nö Welch ein scheiß Level Wir hier wieder haben Oh ich kann kotzen vor Freude Wisst ihr Das kann noch eine Weile dauern So und jetzt Schön gemacht Nein doch Da nicht lang Das ist sehr gut gewesen Hab ne Münze Yeah Und ein G Und ich bin da am Ende Ich hab Kong gekriegt, ich hab ein Leben durch das Kong Und ich hab das Level Geschafft, mal gucken, was haben wir jetzt hier Ähm Moment, das haben wir gleich Jetzt ist ausnahmsweise mal wieder Eine andere Farbe ganz gut Ja, äh, ich bin halt etwas Also, was Was Farben angeht Da bin ich Ja, bin ich freundlich zu meinen Zuguckern Schauern So Jetzt hier Passt doch Oh, verdammt Na ja Glück gehabt Was Und hoch Und drüber Und Hilfe Oh nö Da kann ich noch nicht Jetzt kann ich Bamsen Gehe ich zur anderen Seite Ich gehe zur anderen Seite Und dann Nochmal zur anderen Seite Dann kriege ich einen Oh, da Da gibt's Bananen Da will ich haben Buf Buf Klappt doch alles Bam So Und runter Und nochmal runter dann Und zur Seite Und runter Und bam Äh, jetzt kommt's noch so dicke Und jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung soll ich Ich gehe in die Ich bin Linkshänder Deswegen Wähle ich auch immer Links als Richtung Meistens Das müsst ihr mal aufpassen Also Wenn ihr irgendwelche Links- oder Rechtshänder kennt Dann müsst ihr mal aufpassen An Äh, Weggabelungen Wo sie Noch nie gewusst haben Wo es lang geht Oder Was weiß ich Wenn's WoW-Spieler sind Beim Eingang von Und der City Da kann man ja Äh, links und rechts Äh, rumgehen Am Eingang Kommt man bei beiden Am gleichen raus Aber trotzdem Müsst ihr mal aufpassen Gehen die nach links Oder gehen die nach rechts Wenn irgendwelche Was weiß ich Wenn sie irgendwas blind spielen Dass Dann eine Weggreuzung kommt Oder so Äh, Weggabelung Oh, shit Das war knapp Das war echt knapp Oh Fuck Autsch Das war nicht gut Da, jetzt Boah, Alter Ist das ein krankes Gedöns So Jedenfalls Achtet drauf Und, äh Schreibt mir am besten Oder Wenn ihr zum Beispiel Sagt mir Seid ihr Linkshänder Seid ihr Rechtshänder Und, äh Vor allem Wo geht ihr lang Wo würdet ihr lang gehen Wenn ihr nicht wisst Ähm Was Das Richtige ist Ach ja Übrigens Diese Sichtbaren B-Fässer Sind keine Abkürzungen Wow Das ging schnell Boah Und hopp Und hopp Und hopp Es war ja einfach Ist das einfach, ey Ich geh erst da lang Ja Upsa So Dann geh ich auch wieder nach links Und dann nach unten Und dann wieder nach unten Und dann nach oben Und Überhaupt Ist ja alles normal Klappt doch So Ja, ich könnt wieder nach links Aber Ja, ich geh nach links Da ist ein O Siehste Alles klar Okay, bin ich mal nach rechts gegangen Jetzt geh ich dann nächstes Mal wieder nach links Passt alles Ich hab Angst Ah Brauch ich nicht haben Gut Bam 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 Ich liebe das So, diese Kanonensachen Aber jetzt weiß ich nicht mehr Ich muss wahrscheinlich nach oben Und dann der Banane folgen Ja So Schön Boah Knapp Und Oh Hälfte des Levels Toll Ist doch scheiße Wupp Und hoch Ist das eklig Hier musst du ganz aufpassen, ey Da musst du, ey Das Das würde ich dir nicht empfehlen, war Und hoch Und hoch Und Weiter Hä Wo, wo, oh, oh Da muss ich drüber springen Das sind nämlich Dornen Die sieht Das sieht man nur nicht Dass das Dornen sind Weil alles grün ist Es ist ja alles grün Und hopp Und hoch Immer den Bananen folgen Uah Das war knapp, ey Wahrscheinlich wäre ich in irgendwelche Dornen gefallen Hätte ich jetzt nicht noch Das mitgekriegt Dass ich zu dem Fass rüber Hüpfen muss So Und jetzt noch die Banane nehmen Und die Und das Und das Und das Und ja Ist ja langweilig Nein Aua Ich hätte einfach Nach unten Fallen sollen Hätte ich Hatte ich ja sogar versucht Oh Pfuh Pfuh Da drüben ist was Oh, ein G Ein Na Och nö Ich war Es war so klar Wenn ich das G schon mal hab Na ja, dann muss ich auch gleich sterben Ach Immer Immer her damit Zack Hoch Und noch mal Und noch mal Und ist mir doch egal Uah Jetzt ist gut Oh, ich muss wieder Weitspringen So Und das N Ich hab das N Und Hochdala Wusch Nö Pff Ey Ich 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 Und meine Reaktionsfähigkeit Glück gehabt Ey Glück gehabt Auf jeden Fall Bam Bam B Nein Ich wollte auch noch schnell drücken Das wäre jetzt kacke geworden Hätte ich zu spät gedrückt Und Oh, wei Ich Ich freu mich schon Ui Jaung Nyaung Und jetzt Kann ich gleich wieder Da rein feuern Und krieg das G Und diesmal bin ich vorbereitet Auf diese Libelle Und da muss ich runter wahrscheinlich Ja, genau Zum Glück werden Wären hier die Wege durch Bananen gekennzeichnet Sonst wär echt scheiße, ey Dieses Spiel Ohne kennzeichnende Bananen Das wäre So gut wie unmöglich Würde ich sagen Also, äh Ne Es wär Es wär schwerer Es wär nicht unmöglich Klar, aber es wäre eindeutig schwerer Okay, wir haben wieder so eine Laufbahn Wir wissen's Farben ändern Farben ändern Wo ist mein Wo ist mein Braun Da ist mein Braun Und Hier haben wir gleich noch Die helle Variante von dem Braun So Fertig Nein Das Doch, doch, doch Warte So rum sieht's wieder gut aus Ja Ich dachte schon Aber warte mal Bin ich jetzt in ein falsches Level reingegangen Kann das sein? Nee Nee, doch nicht Oh oh Fuck it Ich hab Angst vor dem Bombs Yeah Fünfter? Fünfter